Mein Name ist Gianna Niemeyer und ich arbeite in der Suchtberatung des Caritasverbandes Osnabrück. Corona ist eine harte Zeit für alle. Wenn man dann Suchtmittel als schnelle Lösungsstrategie entwickelt hat, ist das in einer Krise natürlich noch mal besonders naheliegend. Es kann schwierig werden, nicht zu konsumieren oder bei seiner Abstinenz zu bleiben oder seinen Konsum kontrolliert zu halten. Und wenn Sie merken, dass es Ihnen so geht, dass Sie Schwierigkeiten haben, stabil zu bleiben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind auf mehreren Plattformen erreichbar. Sie können uns entweder online erreichen über unsere Online-Beratung oder Sie rufen an. Wir bieten Beratung sowohl telefonisch an als auch persönlich. Und dann können Sie zu uns vorbeikommen und wir können schauen, wie Sie diese Zeiten überstehen können. . 5 bis 15 Jahres. . . . . . Vielen Dank.